Heyho, hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von IMC Zocker. Heute zeige ich euch eine ausfahrbare Treppe in Minecraft ohne Comments. Also, das erste ist, das habe ich jetzt schon mal gemacht, müsst ihr euch mal so ein Häuschen bauen. Also das ist jetzt mal angeblich mein Haus. Egal wie hoch und egal wie breit. Also an der Stelle, ihr könnt jetzt mal pausieren und euch das bauen, wenn ihr es noch nicht habt. So, wenn ihr jetzt bereit seid, müsst ihr jetzt einmal hier reingehen und euch hier, wo die Treppe hin soll, mal Löscher reinhauen. Dann holt ihr euch mit einem Block eurer Wahl, ich mache das jetzt mal mit Holz, hier unten drunter unter den Löschern jeweils immer die Blöcke hinbauen. Wenn ihr das habt, warte kurz, es wird gerade Nacht, müsst ihr jetzt die Sticky-Pisten jeweils da eins davor setzen. So, jetzt müsst ihr hier Steine, ähm, Holzblöcke davor setzen und wieder raus gehen. Es ist auch sehr wichtig, dass die Blöcke hier oben frei sind. So, jetzt geht ihr hier wieder hin und baut euch hier jeweils drei Blöcke lang. So, 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 wenn ihr das dann habt, macht ihr hier ein Sticky-Pisten hin, äh, Sticky-Pisten hier in Redstone-Repeater, hier ein, hier ein, hier ein, hier ein, hier ein. So, jetzt macht ihr das Redstone hier dran. Und dann führt ihr das Redstone hier an der Stelle weiter, wo auch immer dann halt, nein, Alter, so. So, wo dann euer Hebel sein soll. Ich mach es jetzt mal hier hin. So, mit dem Block muss man dann abbauen. So, dann baut man hier einen Holzblock dran und einen Hebel. Wenn ihr den jetzt betätigt, fährt die Treppe aus. Jetzt könnt ihr euch, wenn ihr wollt, äh, wo die Treppe dann halt hinfährt, sag ich mal hier oben noch, noch eine Etage oder halt, ja, geheimnis Kistenlager hinbauen. Oder halt mit der Rasse, wie ihr wollt. Und dann gleich, wenn man dann hier oben gebaut hat, was man will, kann man hier unten dann natürlich noch, ähm, kann man die Treppe auch wieder einfahren. Und wieder ausfahren. So, dann mal, ja, ähm, ihr könnt das dann hinter dem Haus halt auch jetzt so ein bisschen verstecken, wenn ihr wollt. Also jetzt hier so Steine noch drum bauen, dass man es nicht mehr so sieht, aber das wäre auch jetzt nicht so schlimm. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, haut rein und ciao! Ciao!